Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Und es geht um Filme. Filme, die wir so ziemlich alle im Kino gucken können. Und wenn ihr Bock habt, dann auch bald schon auf Streamingportalen. Und genauso ist es auch beim ersten Film, mit dem wir in dieser Runde beginnen werden. Die Rede ist von Jungle Cruise, einem großen Action-Irgendwas-Ding von Disney, das sich Kenny Lasse und Timo für euch angeschaut haben. Es folgt die Besprechung des Films Cash Truck. Das ist irgend so ein Actioner von Guy Ritchie. Patrick und Stu hatten die Möglichkeit, den vorab zu sehen und haben ihn ebenfalls für euch besprochen. Zu guter Letzt gibt es dann noch alles, was wir zu The Green Knight zu sagen haben, auch auf die Ohren. Max und Lida waren hier vorab in Presseverführung und waren wohl sehr angetan. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Leute, hinterlasst uns Feedback, auf das wir uns wirklich sehr freuen. Ihr habt da diverse Möglichkeiten von E-Mails über Social-Media-Plattformen. Bis hin zu Rauchzeichen könnt ihr da echt einiges machen. Und wenn ihr noch ein bisschen Lust habt und vielleicht auch Geld, dann lasst uns davon doch ein bisschen was zukommen. Zum Beispiel via PayPal oder Buy Me Your Coffee. All das sind Möglichkeiten, den Tele-Stammtisch zu unterstützen, der nämlich 100 Euro im Monat circa kostet. Und wir puttern da sehr was drauf und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei ein bisschen helfen wollt. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Man nehme einen Mixer und mixe folgende Filme zusammen. Die versuckende Stadt Z, Indiana Jones, allerdings mit dem Ersten Weltkrieg statt dem Zweiten Weltkrieg mit Nazis und so. Und Fluch der Geriebig. Und raus kommt dabei der Film Jungle Cruise von Disney. Ich bin euer Barkeeper heute. Mein Name ist Kenny. Und mit mir hier sind der gute Lasse. Welcome to the jungle. Und der Timo. Einen wunderschönen guten Abend. Finally. The Timo has come back to Tele-Stammtisch. Und Timo, du sagst mir jetzt bitte, welche Zusatz du noch in diesen Mixer reinwerfen würdest. Ich würde auf jeden Fall noch, wir machen mal den deutschen Titel, auf der Jagd noch den Juwel vom Nil ergänzen. Das wäre noch so ein kleines Oeuvre am Ende. Und Lasse hat aber auch noch was. The African Queen. Ja. Genau, und man nimmt jetzt all diese Filme in diesen Mixer, lässt das ein paar Minuten rühren und dabei kommt Jungle Cruise heraus. Den haben wir gesehen und der kommt jetzt ins Kino am 29. Juli oder wenn ihr Disney Plus VIP Mitglied seid, dann ab 30. Juli für euch zu Hause. Und worum geht's denn da? Lasse, hau doch mal raus. Ja, es ist die Verfilmung eines weiteren Disney-Rides, aber im Prinzip geht es um Lily Horton, gespielt von Emily Blunt, die mit ihrem Bruder McGregor, gespielt von Jake Whitehall, im Prinzip auf der Suche ist nach einem ganz besonderen Artefakt oder Heilmittel oder wie auch immer, auf jeden Fall nach etwas ganz Besonderem im Dschungel. Und da kommt ihr Frank Wolf gerade recht, gespielt von Dwayne Johnson, denn der ist ein Skipper und will sie den entsprechend halt natürlich den Fluss runterbringen. Allerdings wird sie dabei verfolgt von verschiedenen Leuten, unter anderem eben auch von Leuten der deutschen Armee, weil dessen Prinz Joachim, gespielt von Jesse Plymouth, hat es auch auf dieses ganz besondere Artefakt abgesehen. Und das ist im Prinzip die Story. Und ansonsten gibt es noch einiges an Backstory zu diesem Ding, was, ja, was ihn entsprechend Steine in den Weg legt. Und ansonsten ist es einfach nur eine wilde Achterbahnfahrt den Fluss hinab. Bei Filmen, die auf irgendwelchen Disney-Attraktionen basieren, haben wir schon Erfahrung mit Flucht der Karibik. Da das ja relativ gut funktioniert, findest du, dass das auch hier gut funktioniert hat, mein lieber Timo? Ja, besser. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass Jungle Cruise besser ist und viel mehr Herz hat und viel mehr Witz hat und Charme hat als die, als sämtliche Flucht der Karibik-Sequels. Ich finde, ich finde die Teile zwei bis fünf, da ist der erste Mal ausgeklammert, die sind bei weitem nicht so charmant wie Jungle Cruise. Und das hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht, weil ich mit geringen Erwartungen und geringer Euphorie diesen Film gesehen habe. Und deswegen war ich hochgradig angetan, muss ich wirklich sagen. Ich hatte Sorge, weil ich mir schon dachte, die versuchen irgendwie diese Magie herauf zu beschwören, die die Flucht der Karibik-Filme hatten, zumindest eins bis drei. Und ich dachte mir, das kann man halt nicht. Ganz viel dazu beigetragen hat eben Gorfurt Binske als Regisseur und eben, dass es halt so Lightning in the Bottle war, weil einfach niemand hatte mit gerechnet. Und jetzt versuchen halt eben alle dann irgendwie, ah, wir kriegen das hin. Aber die hier, es gibt definitiv Flucht der Karibik-Parallelen in vielerlei Hinsicht, aber sie versuchen trotzdem ihr eigenes Ding damit zu machen und ziehen das auch richtig nett durch. Und eben die Tatsache, dass sie diese sehr guten Schauspieler haben, die auch nicht irgendwie, oh, wir brauchen jetzt einen neuen Jack Sparrow oder sonst was, sondern die machen ihr eigenes Ding und harmonieren ganz wundervoll miteinander. Das sind alles sehr talentierte Darsteller, das wissen wir. Und die kreieren entsprechend ihre eigenen Charaktere. Und ich weiß nicht, weil es gibt hier, ohne zu viel verraten zu wollen, es gibt hier ein Fantasy-Element, aber ich weiß nicht, ob das Teil des Original Jungle Cruise Rides ist. Genauso wahrscheinlich wie bei Flucht der Karibik, wo ja auch nicht viel jetzt Außerweltliches war. Aber, ja, sie machen ihr eigenes Ding hier mit. Und entsprechend wird das alles auch richtig gut und rasant rübergebracht. Und definitiv gibt es Anspielungen auf den Ride, halt ganz besonders in der Einführungsszene mit Dwayne Johnson. Was auch sehr lustig ist, definitiv. Und da gibt's garantiert Leute, die den Ride richtig gerne mögen, die finden bestimmt noch sehr viel mehr Insider-Gags, als ich da erkannt habe. Tatsächlich haben wir alle drei ihn ja vorab sehen können auf Englisch. Und da kommt der Wortwitz sehr interessant rüber. Denn der gute Jesse Plemons, der diesen deutschen Prinz Joachim spielt, der ist ja Deutscher. Und es gibt da einige Szenen, wo er Deutsch spricht. Und natürlich die anderen Charaktere Englisch oder vielleicht auch mal Spanisch oder auch mal Portugiesisch, sind ja in Brasilien. Und ich bin mal gespannt, wie sie das auf Deutsch lösen. Also ich würde ihn gern noch mal auf Deutsch sehen. Geht's euch da auch so? Sicher, ich wäre auf jeden Fall neugierig drauf. Ich bin ja leider geprägt von der Originalstimme von Dwayne Johnson. Deswegen finde ich das immer schwierig. Ich gucke mir seine Filme ungern nochmal auf Deutsch an, weil die Stimme an sich schon, die kenne ich halt seit 25 Jahren. Und dementsprechend kriege ich die nicht mehr aus meinem Schädel raus. Aber was erstaunlich gut funktioniert, ist ja diese Indiana Jones Reminiscenz, das auch wieder ein böser Deutscher mit Jagd auf dieses Artefakt macht. Oder auf diesen, ja wie man ja sagen muss, ist ja eigentlich im ersten Moment denkt man, das ist ein MacGuffin. Und das ist ein guter MacGuffin, weil der MacGuffin nämlich am Ende wirklich was ist, was Bedeutung hat. Und das finde ich ganz, ganz clever gelöst. Und das überrascht, weil wir hatten ja schon über die Parallelen zur Pirates-Reihe gesprochen. Auch hier haben ja insgesamt fünf Leute am Screenplay mitgearbeitet und an der Story. Und das ist ja manchmal so in Hollywood, dass viele Köche den Brei echt verderben. Hier funktioniert es erstaunlich gut. Also das hätte ich auch auf den zweiten oder auf den ersten Blick und im zweiten Eindruck gar nicht gedacht. Ja, Jesse Plemons spielt das schon echt gut, finde ich. Also ich war definitiv überrascht. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich finde, Jesse Plemons bereichert jeden Film, in dem er mitspielt. Sei es jetzt nun auch zum Beispiel in der Fargo-Serie ist er ja auch mit drin. Er hatte eine witzig kleine Rolle in Bridge of Spies. Und ich fand ihn auch ganz, ganz wundervoll in Game Night. Da war er auch fast so eine Art Bösewicht, also beinahe jedenfalls. Und ich fand ihn hier auch absolut wundervoll. Und ich hatte ganz schlimmen Uncanny Valley-Effekt bei ihm, denn die Art und Weise, wie er aufgemacht ist, er sah fast exakt aus wie ich, nur mit Schnauzer. Ich habe ihn eher so als Erling Haaland Deutschlands da ausgemacht mit Schnauzer, muss ich ehrlicherweise als BVB-Fan sagen, um das nochmal in diesen Podcast reinzubringen. Ansonsten haben wir ja, finde ich, eine sehr, sehr gute Besetzung. So in den Nebenräumen ist ja noch Paul Giamatti dabei, als dieser Italiener. Nino, glaube ich, heißt er. Dann haben wir noch Edgar Ramirez. Nee, ich auch nicht. War ganz überrascht. Naja, und die beiden großen Gesichter neben Jake Whitehall und Edgar Ramirez sind ja dann einfach Dwayne Johnson und Emily Blunt. Ich frage mal euch, wie fandet ihr jetzt diese vorab ja schon doch, wie ich finde, sehr, sehr offen, gut zur Schau gestellte Chemie zwischen den beiden? Ich fand's ganz wundervoll. Ich fand, die beiden haben richtig toll miteinander harmoniert. Ich fand ihre Charaktereinführung nicht super glücklich. Ich muss sagen, der Film hat einen holprigen Start, denn wir kriegen einen ordentlichen Exposition-Dump und danach etwas überhastet die Charaktereinführung. Aber sobald sie dann auf dem Boot sind, groovt es sich ein, würde ich sagen. Aber die beiden machen das ganz wundervoll, dass Emily Blunt Action kann. Das wissen wir spätestens seit Edge of Tomorrow. Und Dwayne Johnson zieht da sein Ding durch. Der macht das, wie immer, mit viel Charme. Und ich finde, die harmonieren sehr gut. Ja, sehe ich auch sauber. Ich möchte gerne nochmal darüber reden, dass ja hier eine Frau einer Hauptrolle hat. Ich glaube, der Film hat eine sehr tolle Botschaft. Und ich finde, der Film ist eigentlich gedacht für Kinder, also für junge Leute, ein junges Publikum, sehr gut geeignet. Ja. Vor allem welche, die Flugtage Riebig noch nicht gesehen haben, die quasi diese Welt erst betreten. Da könnte man sagen, ey, Kids, es gibt noch andere Filme, die so ein bisschen so sind. Die könnt ihr euch auch noch reinziehen. Und ich glaube, wer das erste Mal sich diesen Film reinzieht, da wird wirklich viel Freude. Ich stelle mir so vor, wie so ein Elternpaar mit so einem Kindergeburtstag mit fünf Kindern da ins Kino geht und die ganze Kinderreihe sich einfach nur kaputt lacht. Weil die, das ist, glaube ich, genau für die Abgestütten, das sind viele witzige Szenen, aber ja, viel so, so, diese, ich fände gerade der Begriff dafür nicht ein, wenn Leute hinfallen und so. Slapstick. Slapstick, vielen lieben Dank. Es ist sehr viel Slapstick-Humor drin, viel Wortwitze, ob man den versteht oder nicht, ist das eine andere Frage, werden wir sehen, wie es auf Deutsch ist. Aber ich finde, der ist sehr gut für Kinder geeignet und ich finde, es ist auch ein schönes Vorbild, wenn eine Frau mal gezeigt wird, wie stark eine Frau sein kann, dass die sich über die ganzen Männer hinweg setzt. Also ich finde, der hat eine tolle Botschaft. Vor allem eben in dieser Zeit. Also die machen eben natürlich sehr viele Statements dazu, was der Status von Frauen damals war und sie geht da so absichtlich gegen den Strich. Es ist der Running Gag, es ist halt eben, sie trägt Hosen und kein Kleid. Entsprechend ist das auch ihr Spitzname von Johnsons Charakter. Und sie macht das ganz, ganz wundervoll und die machen sich auch wirklich lustig über die Gepflogenheiten, wie das damals war mit den alten Männern. Mir ist aufgefallen zum Beispiel bei dieser, bei einer der Vortragsszenen, das ist im Publikum in der vorderen Reihe einer von diesen alten Forschern. Der Typ schläft einfach, ist einfach eingepennt. Ich fand, sehr gutes Detail, die halten da nie drauf. Das steckt einfach voll mit diesen kleinen Ideen und auch noch zum Drehbuch. Für mich wirkt das halt so, als hätten die verschiedenen Autoren so verschiedene Ideen gehabt und halt für Action-Set-Pieces und für Comedy-Set-Pieces. Und dann haben sie gedacht, okay, und jetzt drehen wir da eine Handlung irgendwie mit rein, um das miteinander zu verbinden. Also wirkt das ein bisschen. Ich fand's auch schön, dass die Geschichte von dem McGregor-Hewton angesprochen wird. Der wird ja quasi nicht offiziell angesprochen, dass er homosexuell ist, aber wir alle haben verstanden, dass es darum ging, oder? Ja, es muss Gedankenübertragung gewesen sein, Kenny. Genau das war der Aspekt, den ich auch als nächstes einbringen wollte. Also das ist unheimlich geschickt gemacht. Es gibt diese Backstory, die durchaus auch klar macht, warum diese ja auch grundverschiedenen Geschwister, nicht nur vom Geschlechter, sondern auch vom Intellekt und vom Charakter her, dass diese grundverschiedenen Geschwister diese Reise überhaupt zusammen machen, also dass er überhaupt mitkommt. Und dann gibt es diese Geschichte, die er erzählt und die auch klar macht, dass er nun einfach, ich sag mal auf Deutsch, von der anderen Fakultät oder eher an der anderen Fakultät her interessiert ist. Und es ist herrlich gemacht, dass du vorher natürlich, du hast diverse Comedy-Momente mit dem Spiel dieses eher sanfteren, eher schreckhafteren Charakters. Aber es ist halt immer so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich platt über ihn lustig macht, sondern dass man auch ein bisschen mit ihm über ihn lacht und das ein bisschen einen doppelten Boden hat. Und umso schöner ist dann dieses Gespräch mit, ja, diesem ja immer noch Klotz von Frank, also Dwayne Jones ist einfach ein Schrank und der Schrank sitzt da und nickt nur und sagt, ja. Und dann gibt es ja auch noch diesen Salud, also diesen Toast auf das Anderssein sozusagen und das fand ich wirklich richtig toll gemacht. Das ist schon definitiv nett und ist auch eine kleine herzliche Szene und fügt entsprechend auch der Beziehung zwischen den beiden Geschwistern noch mehr Herz hinzu. Noch erwähnen möchte ich Jom Kolezzera, den kennen die meisten wahrscheinlich von The Shallows, den hat er inszeniert, ein spanischer Gentleman und ich finde, der liefert hier einen sehr versierten Job ab. Ab und zu fand ich halt den Schnitt etwas unglücklich, halt wie gesagt, es wirkt ein bisschen überhastet hier und da, so ein bisschen halt zu sehr, okay, wir müssen, hä, hä, hä. Hä, aber ansonsten fand ich, hat der Film ein relativ gutes Pacing, wo wir halt, wir kommen von Schauplatz zu Schauplatz und das passiert und das passiert und teilweise passiert halt eben richtig, richtig viel. Aber, naja, ich fand es halt temporeich. Es war an der Grenze zu hektisch manchmal, aber es hat immer so gerade noch die Flusskurve gekriegt. Jetzt ist Dwayne Johnson gar nicht so, also natürlich ist das ein Sunshine-Boy und ein guter Laune-Mensch, aber wir wissen ja spätestens seit der Fast-Reihe, dass das ja auch keiner ist, der sich alles am Set gefallen lässt. Und dementsprechend ist das ja auch vielsagend, wenn jetzt Kulissera auch den neuen Black-Adam-Film mit ihm gemeinsam gestaltet und den gemeinsam mit ihm gedreht hat. Das würde Dwayne Johnson sicher nicht tun, wenn er sagen würde, Zusammenhalt war okay, hat soweit funktioniert, sondern das ist schon, ich glaube, da hat sich ein neues Du gefunden und das würde ich mir gerne ansehen. Ich finde auch, dass das, die Filmografie von Kulissera ist ja vollgestopft mit Liam Neeson-Streifen, die alle irgendwie gleich sind, also Computer im Zug und Non-Stop on a Plane und Run All Night dann irgendwie mit Gangstern und Anon Identity durch Berlin. Und jetzt hat er wirklich, ich war sehr, sehr überrascht, dass er diese Variationen drauf hat, also großen Sommer-Blockbuster, das fehlte ja noch so ein bisschen in seinem Portfolio. Oh ja, total, das könnte definitiv eine Eintrittskarte sein für weitere Projekte dieser Art. Und ja, es ist halt, ansonsten gibt es nicht mehr so super viel zu sagen meiner Meinung nach. Wie gesagt, der Fantasy-Angle fügt ein bisschen Horror mit hinzu, was fand ich aber auch definitiv sehr angemessen war und auch sehr überraschend umgesetzt und sehr viel mehr möchte ich auch dazu gar nicht sagen, weil es ist ziemlich cool, das erst nach und nach zu entdecken. Aber es ist auf jeden Fall sehr kreativ und auch sehr hart. Wenn Leute hier sterben, dann sterben sie. Es ist nicht ganz so mega explizit wie in Flute Karibik, aber es kommt nah dran. Und das fand ich ziemlich beeindruckend und fand auch gut, dass sie diesen Extraschritt gegangen sind, dass da ein bisschen mehr Härte drin war ab und zu. Stimmt, es gab diese eine Szene, wo ein gewisses scharfes Messer aus einem gewissen Körperteil gezogen wird. Und das war schon nicht ohne. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja, da hast du recht. Aber das fand ich gut. Das überrascht mich mittlerweile sowieso, was alles so als PG-13 und bei uns bei FSK-12 landet, wenn dann doch mittlerweile gestabbt werden darf und solche Sachen. Ich kann nicht aus diesem Cast gehen, um natürlich zu sagen, dass die Action einen unterhält, aber natürlich nichts herausragend Tolles ist. Du siehst natürlich auch schon hier und da mal den Einsatz von CGI. Das finde ich aber okay, weil wir das, also bei den 80er, 90er Klassikern im Abenteuerfilm hat man auch die Unterschiede zwischen Greenscreen und nicht Greenscreen gesehen. Aber was mich wirklich, ich habe diesen Score verfolgt und es waren immer mal Anleihen bei den großen Brüdern und danach habe ich mir die Frage gestellt, war das James Newton Howard? Und es war natürlich James Newton Howard und der hat wieder, finde ich, einen ganz, ganz tollen Score hier komponiert und das finde ich, darf man auch mal, oder muss ich auch einfach mal erwähnen. Ich bin ja so ein bisschen der Score-Dude bei meinem anderen Podcast und deswegen muss ich hier das nochmal reinwerfen. Wirklich tolle Filmmusik hier. Wollte ich auch erwähnen, einer meiner Lieblingsscores des Jahres bisher, definitiv. Ich persönlich habe ja erst vor wenigen Wochen die versuckene Stadt Z gesehen, wer es nicht kennt. Eigentlich ist es die gleiche Grundstory, da versucht ein Forscher eine alte Stadt zu finden oder alte Relikte aus der Zeit oder aus der Welt des Amazonas und jetzt gucke ich mir den Film an und irgendwie wünsche ich mir jetzt, dass irgendwann mal ein Forscher so eine richtig geile, verlassene Stadt da unten irgendwo im Dschungel findet. Also irgendwie wünsche ich mir das jetzt. Das kann doch nicht sein, dass so viele Filme dieses Thema anpacken, dass Indiana Jones und andere Filme und es gibt so eine Stadt nicht. Ich will so eine Stadt haben, Leute. Unbedingt. Tja, man macht immer Filme über das, das man selbst nicht erreichen kann. Na dann, habt ihr noch irgendetwas hinzuzufügen, bevor wir dann zu unserem wohlverdienten Fazit kommen? Ich finde, wir haben alles gesagt. Ich finde auch. Ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, ja. Ja, wann, wer will den Anfang machen? Wie viele Zauberblüten wollt ihr diesem Streifen geben? Timo, fang du doch an. Ja, ich bin hin und weg. Ich habe vier von fünf gegeben. Ich finde den hochgradig unterhaltsam. Ist ein typischer Sommerblockbuster. Man ist unterhalten, man hat Spaß, man hat ein bisschen was Gefühliges dabei. Man kommt auch mal ins Grübeln kurzzeitig. Ins Kino gehen. Oder halt bei VIP plus irgendwie bestellen für 22 Ocken. Aber ich wäre für Kino bei den Bildern. Scheint mir ein Film fürs Kino zu sein, auch weil ich habe gemerkt, die ziehen auf 3D ab. Ich glaube, das wäre ziemlich cooles 3D. Da ich kein 3D-Freund bin, würde ich sagen, das lasse ich sein. Ich habe ihn im zweiten Kino gesehen, bin damit sehr zufrieden. Ich glaube, im Kino erlebt man ihn wirklich besser als zu Hause auf dem Fernseher. Es sei denn, man hat da wirklich einen richtig tollen Fernseher mit richtig krasse Anlage. Aber das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Definitiv. Ich bin nicht ganz schlüssig. Also wenn ich ihm 3,5 geben würde, wäre es ihm nicht gerecht, weil das nicht gut genug ist. Ihn aber 4 zu geben, fällt mir irgendwie schwer. Denn ich persönlich finde Flugzeuge ein Ticken besser. Warum, weiß ich nicht. Was ich anmerke, sind diese Greenscreen oder Bluescreen-Sachen. Da hast du wirklich gemerkt, da stehen die auf dem Boot. Oder oft in den Bootszenen war das so, dass die Haut dann immer so blau angeleuchtet war. Wo da nichts Blaues irgendwo in der Nähe war. Eigentlich eher grün und so. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Das habe ich gemerkt. Und das hat mich wieder rausgezogen. Also ich finde, das glaube ich, es hätten Händen die besser machen können. Deswegen vom Optischen her, hm, das geht besser. Das haben sie im Flugtag irgendwie besser gemacht. Aber dafür die Botschaft des Films finde ich toll. Also er ist wirklich sehr unterhaltsam, haben wir alle schon gesagt. Er macht mega viel Spaß. Er hat tolle Action-Szenen. Und er hat da einfach tolle Botschaften. Wie gesagt, was wir schon angesprochen haben. Und das alles zusammen macht ihn einfach gut. Und deswegen, ich würde sagen, ich muss dann doch zu 4 tendieren. Oder vielleicht zu 3,75. Irgendwo so da an der Dreh bewegt mich. Ja, das ist auch meine Schwierigkeit. Ich schwanke zwischen 3,5 und 4 von 5 aus denselben Gründen, die du auch genannt hast. Kommt nicht an diese besondere Magie von Flute Karibiker ran, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem ein sehr schöner weiterer Zusatz zu dieser Art von Film. Es ist ein sehr guter Abenteuerfilm für die ganze Familie mit vielleicht ein bisschen älteren Kindern. Weil ab und zu wird es vielleicht ein bisschen zu deftig. Toller Score. Ganz wundervoll harmonierender Cast. Und insgesamt einfach sehr schöne, spaßige Action-Set-Pieces und ein bisschen Wonder und ein bisschen Herz. Das ist kein Film für Zyniker. Aber definitiv einer, mit dem man Spaß haben kann. Und deshalb tendiere ich da auch zu der Wertung, die du genannt hast. Ja, liebe Freunde. Das war's zu Jungle Cruise. Ab 29. Juli im Kino oder ab 30. Juli bei Disney Plus VIP. In diesem Sinne, ich verabschiede mich und gebe euch das letzte Wort. Lasse, du darfst anfangen. Ich skippe dann mal davon. Ja, Petri Heil sagt man ja nicht, ne? Schiff Ahoi. Ja! Und immer eine Hand breit Kiel unterm Wasser. Wasser unterm Kiel. Dude, dude, dude. Manchmal ist es ja echt blöde, wenn man im neuen Job einsteigt. Die Kollegen sind unfreundlich. Das Arbeitsklima, man hat sich nicht daran gewöhnt. Das ist aber gar nicht so schlimm, wenn man wie Jason Statham eine ganz besondere Mission verfolgt. Wie zum Beispiel in dem neuen Film Castruck, der jetzt in unsere Kinos kommt. Der Jason Statham wieder vereinigt mit Regisseur Guy Ritchie. Wir haben uns diesen Film vorab ansehen können. Und mit wir meine ich den Patrick. Hallo Patrick. Nein, Patrick. Ich muss es lernen. Patrick. Ach, schlimm. Sorry. Hallo Patrick. Hi. Und ich bin auch dabei. Hallo, ich bin der Stu. Ja, wir haben Castruck gesehen. Und Castruck ist ein Remake eines gleichnamigen französischen Trillers. Patrick, kennst du das Original? Nein, ich kenne den leider nicht. Ich kenne ihn und ich kann ihn sehr empfehlen. Es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Genrefilm aus dem Jahr 2004. Er ist nicht so bekannt. Deswegen würde ich sagen, Patrick, sei doch mal so nett und erzähl unsere Zuhörer da draußen, um was es in Castruck eigentlich geht. Es geht hier um den Einzelgänger Patrick, der nur Age genannt wird in dem Film. Und der steigt bei einer Geldtransportfirma ein. Da transportieren sie jede Woche um die Millionen Dollar in so Castrucks. Und irgendwann merken seine Mitarbeiter, irgendwas ist mit dem nicht geheuer, mit diesem Patrick. Und dann fängt es auch schon an, dass diese Cash-Trucks regelmäßig überfallen werden. Und dieser Patrick, der ist ja nicht ganz zimperlich und verteidigt diese Cash-Trucks bis aufs Blut. Heißt der wirklich Patrick? Nein, das ist so sein Deckname, den er annimmt. Okay, ich dachte schon, du hast dich in den Film reinfantasiert. Nein, nein. Okay, ja, danke bis dahin. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Film von Guy Ritchie. Und Guy Ritchie hat ja so seine ganz eigene stilistische Handschrift, die er ja auch zuletzt bei The Gentleman wieder zum Vorschein gebracht hat. Wenn man sich diesen Film jetzt aber anguckt, kommt man nicht drauf, dass der Film von Guy Ritchie ist. Denn der Film, das ist zumindest mein Empfinden, ist sehr bodenständig, ist sehr geradlinig, ist auch sehr, ich sage mal, hart. Ist jetzt kein Schlachtfest, aber wenn da geschossen wird und wenn da gestorben wird, dann gibt es schon ein paar Kopfschüsse. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass Guy Ritchie hier mal nicht seine typischen Standards auspackt, sondern versucht, wirklich einen sehr geradlinigen Genre-Film auf die Beine zu stellen. Wie fandest du es denn, dass Cash Track gar nicht so aussieht und so wirkt wie ein Film von Guy Ritchie? Der wirkt schon ganz anders als der Trailer, den man zu Gesicht bekommt. Wenn man diesen Trailer sieht, dann denkt man, das ist so ein Jason Steffan im Rage-Modus-Film. Aber er ist halt wirklich gefühlt so ein bodenständiger, realistischer Film, der auch so eine Gewaltspirale aus mehreren Perspektiven zeigt. Also wer jetzt hier wirklich einen Jason Steffan-Action-Knaller erwartet, könnte enttäuscht werden. Ich fand das aber auch gerade angenehm. Es waren auch noch nicht mal so großartig diese lustigen Guy Ritchie-Dialoge vorhanden. Und dadurch hat es nochmal so einen unangenehmen, realistischen Touch bekommen. Fand ich auch. Klar, Jason Steffan spielt hier schon halt Jason Steffan. Also der ist unnahbar, der hat eigentlich immer die Kontrolle. Und wenn er sich vorgenommen hat, jemandem wehzutun, dann tut er das auch sehr effektiv. Trotz allem fand ich die Figur von Jason Steffan zum einen wirkte sie sehr authentisch. Ich konnte das irgendwie auch nachvollziehen, was da passiert. Über seine Motivation müssen wir jetzt nicht reden. Das behält der Film längere Zeit für sich. Aber man kann schon relativ schnell eins und eins zusammenzählen, warum der mit dabei ist. Was ich hingegen auch ganz schön fand, ist, dass der Film auch so eine kleine, ja, so eine kleine Unterwelt aufmacht. Also es gibt da auch Gangster und die leben halt nach ihrem ganz eigenen Dogmen. Es wirkt so ein bisschen wie John Wick Light. Also es gibt jetzt hier nicht das Continental und irgendwelche Goldmünzen, mit denen irgendwelche Leute bezahlt werden. Aber man macht in dem Film schon sehr deutlich, dass es halt noch so eine Art Unterwelt gibt, die nach ganz eigenen Regeln und Systemen funktioniert. Wie hat dir das gefallen? Ich fand das schön, vor allem, weil man dann auch ehemalige Seriendarsteller und auch Scott Eastwood mal auftrumpfen sieht. Also wir haben hier Les Alonso, wir haben Holt McAllenay, den man noch von Mindhunter kennen könnte oder Jeffrey Donovan von Burn Notice. Und Scott Eastwood hat es ja auch mal wirklich mit einer schönen, ambivalenten Figur überzeugt. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Also Jason Steffen macht hier wortwörtlich ab und zu mal Platz und überlässt anderen Darstellern den Freiraum, um auch mal ein bisschen was zu zeigen, was sie sonst vielleicht nicht so hätten gekonnt. Also der Cast ist wirklich interessant. Es gibt auch ein Wiedersehen mit Josh Hartnett in einer für ihn eher ungewohnten Rolle. Ich glaube auch, dass Richie und Stephen drehen hier aktuell den Gangsterfilm Five Eyes, wo Josh Hartnett auch wieder mit dabei ist. Und ich bin mal gespannt, wie dieser Five Eyes wird, ob da Guy Ritchie halt wieder zu seinen typischen Stilistiken zurückkehrt oder ob er da auch wieder was Neues versucht. Ich muss sagen, mir hat das recht gut gefallen und auch gut getan, weil ich halt eben von seiner typischen, ja, Guy Ritchie-Ästhetik jetzt auch über die Jahre hin eher gelangweilt war. Also zum Beispiel für Gentleman, mit dem konnte ich echt nichts mehr anfangen. Deswegen war für mich Cashstock mal wieder so ein Beweis, hey, Guy Ritchie kann halt auch wirklich Regie führen. Der kann auch abseits seiner Komfortzone einen relativ guten Film auf die Beine stellen. Ich mochte The Gentleman, aber ich fand eben doch dieses Herausstellungsmerkmal, vielleicht ist es der Tatsache geschuldet, dass es ein Remake ist, dass es der Guy Ritchie-Film ist, der sich am wenigsten wie ein Guy Ritchie-Film anfühlt. Was aber so eine Konstante ist, ist zum Beispiel so ein altbekannte wie Jason Steffam oder Eddie Maaßen. Bei Jason Steffam habe ich das Gefühl, dass er bei dem immer noch so ein bisschen mehr schauspielerisch rauskitzelt. Also auch hier, diese Figur hat ein bisschen mehr Facetten als sonst dieser Draufgänger, den Jason Steffam spielt. Was natürlich auch Guy Ritchie typisch ist und was hier auch wieder zu finden ist, ist halt, dass weibliche Figuren im Prinzip fast gar nicht vorkommen und wenn sie vorkommen, sind es Randnotizen. Also das hat sich dann bei Guy Ritchie auch nicht geändert und ich muss ja kurz ein Aber einwerfen, weil du gesagt hast, es ist der einzige Guy Ritchie-Film, wo man nicht merkt, dass es von ihm ist. Da möchte ich halt noch den Madonna-Film Swept Away erwähnen, der ganz furchtbar ist, guckt ihn lustig an. Und halt das Aladdin-Remake, wo man ja auch sagen muss, du erkennst nicht wirklich, dass das ein Guy Ritchie-Film war. Ich würde es so sagen, Cashstruck ist der beste Film von Guy Ritchie, der nicht nach Guy Ritchie aussieht. So würde ich es, glaube ich, formulieren wollen. Da gehe ich d'accord. Ich habe diesen Madonna-Film leider auch gesehen. Ne, spart euch den. Ich muss auch sagen, dass ich den Film, also er ist gut inszeniert. Ich finde auch, dass der eine gute Länge hat. Also er hat jetzt keine Längen an sich. Die Laufzeit ist halt sehr passabel. Er ist um einiges länger, trotz allem, als das Original, weil er halt eben dann doch halt ein paar, ja, wie gesagt, diese Gangster-Welt halt noch integriert. Das gibt es im Original eher nicht. Dafür ist halt das Original in der Hinsicht besser, dass die Hauptfigur, also in dem Fall jetzt Age, gespielt von Jason Statham, im Original noch mysteriöser ist. Und hier bei Cashstruck hast du halt, alleine weil es Jason Statham ist, halt immer den Eindruck, gut, der Mann, dem wird nichts passieren. Der wird halt mal angeschossen oder so. Oder bekommt man auch irgendwas auf den Sack. Aber dann steht er halt auf und dann macht halt alle anderen kalt. Das ist einfach so diese Art von Heldentypos, die wir einfach von Jason Statham kennen. Und ich finde es ganz gut, dass er jetzt in dem Film halt so ein bisschen aufgebrochen wird. Hätte mir aber vielleicht noch ein bisschen mehr Verletzlichkeit gewünscht. Wie ist es bei dir? Es gibt durchaus Stellen, wo er gefühlt schon so einen Gottmodus hat. Und das ist leider gerade bei den Stellen, wo es ihm an den Leib geht und man hat da irgendwie keinen Schiss, dass ihm da großartig was passieren könnte. Da stimme ich mit über allen. Aber das liegt auch so ein bisschen an diesen Star-Status von Jason Statham. Hätten die da einen unbekannteren Nobody genommen mit einer ähnlichen Physis, hätte man da vielleicht so ein bisschen mehr mitgefiebert. Aber er ist halt die Cash Cow, den werden sie nicht in dem Film killen und wenn, dann nicht bis kurz vor Schluss, würde ich sagen. Und so viel kann ich dem Film oder Jason Statham auch geben. Es ist wahrscheinlich der Genre-Film mit seiner Beteiligung, wo er darstellerisch bislang seine beste Leistung abliefert. Das ist immer noch kein Oscar-Material, ganz klar. Aber wenn ich es halt vergleiche jetzt mit Darstellungen wie jetzt in Hobbs und Shaw oder hier der Transporter-Reihe, finde ich, dass Jason Statham in den Cash Struck schon wirklich mehr gefordert wird. Und er macht tatsächlich eine gute Figur. Er macht das Beste aus seiner Figur, so würde ich es vielleicht beschreiben. Ja, er ist halt irgendwie wie so ein Kumpeltyp, mit dem wird man gerne Bier trinken, aber man will ihm auch nicht ans Bein pissen, weil das könnte böse enden. Ja, er hat halt auch in diesem Film durchgängig so diese Aura, dass unter der Oberfläche irgendwas brodelt und wenn das halt ausbricht, dann sollte man nicht in seiner Nähe sein. Und es gibt ja auch ein paar Momente, wo es halt wie gesagt ausbricht. Das sind halt diese Action-Szenen und die sind auch sehr geradlinig, sehr rau, sehr hart, stellenweise auch einigermaßen brutal. Und ich fand, das war wirklich schön anzusehen. Ja, es war halt wirklich so eine kleine, schöne Milieustudie über so einen bestimmten Bereich. Also John Wick so in der, schon wieder der John Wick-Vergleich, mal wieder in so einer nicht ganz so gehobenen Klasse. Genau. Ansonsten, lasst euch gesagt sein, dass das wirklich ein Film ist, der komplett humorfrei ist. Ich meine, Guy Ritchie hat ja sonst immer gerne mal Humor eingestreut in seine Filme. Das werdet ihr hier nicht finden. Wie gesagt, es ist kein klassischer Guy Ritchie-Film. Hast du den Humor vermisst? Nicht wirklich. Es gab am Anfang so einen lustigen Spruch, den Stefan gerissen hat. Aber ich, für mich war das halt wirklich so dieser schöne Gegenwurf, wem The Fast and the Furious zu knallbunt und zu drüber war und zu viel Familie, der hat damit wirklich so diesen kompletten Kontrast, um runterzukommen. Das stimmt durchaus. Was ich ja irgendwie auch faszinierend fand an Cash Truck, ich meine, er spielt halt schon so in seiner eigenen Welt, weil Polizei spielt in diesem Film absolut gar keine Rolle. Man hat auch irgendwie das Gefühl, es gibt im Prinzip nur zwei Lager. Es gibt halt einmal dieses Lager von diesem Cash Truck-Unternehmen und halt einmal Gangster. Das fand ich irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, ganz amüsant. Das hat man den Film jetzt nicht matig gemacht, Gott bewahre. Aber ich finde das immer schön, wenn man merkt, dass so Genre-Filme immer so in ihren ganz eigenen Biotop spielen, wo halt eben Polizei keine wirkliche Rolle spielt. Das finde ich immer irgendwie sympathisch. Ich wollte gerade sagen, die Polizei ist hier trotzdem vorhanden, aber das ist, ich würde es vergleichen mit GTA, wenn du da mit einem Panzer unterwegs bist und dann kommt so ein Polizeiauto angefahren, ist halt dann keine Bedrohung. Genau, das ist sehr schön umschrieben. Okay, ja, wunderbar. Gut, hast du noch irgendetwas, was du zu Cash Truck loswerden möchtest, außer dein Fazit? Ich denke, wir haben hier alles gesagt und ich würde sagen, man sollte nicht allzu viel sich über diesen Film informieren, dann kann der einen noch mit der einen oder anderen Wendung vielleicht überraschen. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit und ich würde vorschlagen, sind wir mal nicht so kreativ, wir vergeben heute Geldsäcke. Patrick, du kannst vergeben 0 bis 5 Geldsäcke für Cash Truck. Ich würde 3,75 Geldsäcke geben, das ist ein anderer Guy Ritchie-Film, der fühlt sich so gar nicht nach Guy Ritchie an oder nach einem Jason Steffen-Film, aber gerade das ist so das schöne Herausstellungsmerkmal, dass es eben so ein kleiner Film über einen verbrecherischen Mikrokosmos ist, der hier ein Stück weit auch fast episodenhaft ergründet wird. Der macht Laune, man muss sich aber darauf einlassen und sollte sich vielleicht nicht ganz so viel Action erhoffen, wie es einem der Trailer vorgaukelt. Ich gebe 3,5 von 5 Geldsäcken, ich war wirklich positiv überrascht, ich habe ja schon vorher erwähnt, ich bin so dieser Guy Ritchie-Stilistik überdrüstig in den letzten Jahren geworden. Das hier war ein wirklich sehr solider bis wirklich unterhaltsamer und sehr guter Action-Thriller mit einer guten Besetzung. Es funktioniert nicht alles, aber trotz allem ein wirklich schöner Genre-Film und wenn ihr den guckt, dann haltet die Augen offen, vielleicht findet ihr auch das französische Original, das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Und damit sind wir durch. Das war unsere Besprechung zu Cashstruck. Falls ihr in dem Kino gucken solltet, wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit den restlichen Besprechungen beim Tele-Stammtisch. Ich sage Tschüss und Patrick, dir gebührt das letzte Wort. Bis dann, Leute. Ich habe jetzt vor dieser Besprechung circa, keine Ahnung, 13 Varianten zurechtgelegt, wie ich die Besprechung jetzt anmoderieren soll und bin dann am Ende dazu gekommen, hey, warum nicht einfach einen kleinen Teil aus dem Lied von Sir Gawain und dem Grünen Ritter zu lesen. Dann ist mir irgendwie aufgefallen, das ist Altenglisch und das würde sehr peinlich für mich enden. Deswegen mache ich es ganz klassisch. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Filmbesprechung beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Max. Ich spreche heute über den Grünen Ritter, The Green Light. Und an meiner Seite, weil allein drüber reden ist einfach nicht gut, ist heute die Lida. Grüß dich, Lida. Hallo. Wunderbar. Wir beide haben den Film in einer Pressevorführung gesehen. Und sozusagen nicht auf dem kleinen Bildschirm, sondern groß im Kino. Also, erste Frage an dich, ganz kurz, bevor wir zur Handlung kommen. War das für dich jetzt die erste Pressevorführung nach Corona oder? Da ich in Berlin sitze, wo die meisten Pressevorführungen in Deutschland stattfinden, hatte ich schon einige vorher, aber es war eine der ersten. Also das chiniastische Erlebnis ist für mich immer noch frisch und sozusagen neu überwältigend. Weil ich glaube, Bildgewaltigkeit ist so ein Punkt, über den wir bei dem Film sicherlich sprechen. Aber bevor wir da jetzt dazukommen, würdest du uns vielleicht ganz kurz in die Handlung einführen? Der Film spielt, wie ihr vielleicht schon wisst, im fiktiven mittelalterlichen England in Camelot. Wir sind hier also tief im Arthus Mythos. Und der jüngste Ritter der Tafelrunde, Sir Gawain, wird bei einem Weihnachtsessen der Tafelrunde herausgefordert von einer halbmythischen Kreatur. Der grüne Ritter taucht dort auf. Das ist ein baumähnlich, menschenähnliches Wesen und fordert die Tafelrunde heraus, allerdings nur auf freundschaftlicher Ebene. Es handelt sich also mehr um eine Art spielerische Herausforderung. Jemand soll ihm einen Schlag versetzen. Sir Gawain tut das, muss dann aber in einem Jahr sich aufmachen zum grünen Ritter, um seinerseits einen Schlag entgegenzunehmen. Und diese Reise, diese mittelalterliche Quest, wie man es im Altenglischen sagen könnte, steht im Zentrum der Handlung. Wunderbar. Ist auch mehr oder weniger genau so viel würde ich erzählen, bevor ich die Leute ins Kino schenke und den Rest bitte selber erlebe. Hattest du vorher schon irgendwelche Kenntnisse über diese Sage? Weil meistens kennt man ja diese gesamte Arthus-Geschichte und es dreht sich eigentlich alles um Arthus. Und man kennt vielleicht Sir Lancelot oder Sir Galahad oder die anderen Figuren. Sir Gawain oder Garvin ist mir persönlich vor dieser Geschichte nicht so geläufig gewesen. Ich habe mich aber dann eingelesen und finde die Geschichte eigentlich sehr spannend. Wie stehst du da dazu? Ich kannte auch die Geschichte. Ich habe bisher nur Auszüge davon gelesen gehabt und nicht den ganzen Stoff. Aber der Stoff selber ist ungeheuer präsent und auch faszinierend, da er so vielschichtig ist und so viele Deutungsebenen hat. Und die Figur des grünen Ritters darin ist praktisch noch bekannter als die des eigentlichen Hauptcharakters Gawain. Mir war diese Figur Gawain auch bekannt, aber so vertieft, wie ich mich jetzt anlässlich des Films in dem Stoff habe, hatte ich mich vorher nicht. Die Figur war mir mehr bekannt aus zum Beispiel Gemälden, aus anderen Gedichten, die darauf anspielen. Denn gerade in der englischen Kunst ist das sehr verknüpft. Also ich habe damals den Trailer das erste Mal gesehen zu dem Film und wusste per se eigentlich überhaupt. Also ich habe eigentlich zu Beginn so ein Horrormärchen irgendwie erwartet, was es dann am Ende auch geworden ist. Und die Geschichte an sich, dass die so einen Impact hat auf, wie sagt man, englische Mythologie oder so, das war mir dann auch nicht besonders klar. Jetzt ist der Film aber angeblich nur relativ lose daran orientiert, an dieser Geschichte. Ich habe dann auch mitbekommen, dass einige Figuren mehr oder weniger ein paar bisschen durchgetauscht worden sind. Ich glaube nämlich, dass die Mutter in dem ursprünglichen Lied gar keine allzu große Rolle spielt, wenn ich mich nicht irre. Und hier in diesem Fall ist sie ja mehr oder weniger die Person, die das Ganze irgendwie zum Laufen bringt. Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn dieser Urstoff, die Sage, wurde nicht nur einmal, so wie es bei einer Romanverfilmung ist, niedergeschrieben, sondern wie es oft bei Mythen und Legenden ist, gibt es da ganz viele Versionen, die sich manchmal auch leicht unterscheiden. David Lurie, der Regisseur, hat sich da offenbar intensiv mit beschäftigt und sich aus verschiedenen Variationen der gleichen Geschichte die Sachen herausgepickt, die sich besonders schön in eine Story einführen. Wenn ihr also zumindest rudimentäre Kenntnisse der Artursage habt, ist das ein ungeheurer Vorteil, um den Film zu wertschätzen. Ich würde auch empfehlen, sich zumindest die Grundzüge einmal zu Gemüte zu führen, bevor man sich den Film anschaut, damit man versteht, wer hier wer ist. Und oft ist es auch so, dass sich in Mythen bestimmte Figuren entwickeln oder manchmal in Legenden oder auch religiösen oder folkloristischen Sagen zwei Figuren über Jahrhunderte zu einer neuen Figur verschmelzen. Das merkt man sehr stark beim Aufbau dieser Geschichte, die man, denke ich, am ehesten noch als magisch Realismus oder eben wirklich gefilmten Mythos bezeichnen könnte. Es ist sicherlich kein klassischer Ritterfilm, wo Leute mit Schwertern sich Gefechte oder Duelle liefern oder Drachen besiegen. Ich habe viele Leute, die mehr oder weniger aus so einem eher Mainstream-Publikum kommen, denen ich den Trailer gezeigt habe. Und die meinten dann, oh ja, es sieht irgendwie aus wie Game of Thrones. Ich habe leider mit Game of Thrones überhaupt gar keine Berührungspunkte. Von dem her kann ich das schlecht beurteilen. Ich würde es tatsächlich auch eher so bezeichnen wie du, also verfilmte Sage. Bei mir kommt da immer noch so dieses, ja, ein bisschen dieser Gruselmärchen-Aspekt irgendwie mit dazu, weil eben filmisch eher dieser Film dann doch eher so umgesetzt ist, dass man, also mir ging es zumindest so, ich hatte die ganze Zeit immer so ein bisschen Unheil im Nacken und habe dann mehr oder weniger immer darauf gewartet, was so jetzt als nächstes kommen mag. Wie ging es dir da, hast du da vom Trailer abgesehen, weil ich schätze mal, das würde ja auch dein erster Bezugspunkt zu dem Film gewesen sein, dann das bekommen, was du erwartet hast? Ja, ich darf sogar sagen, dass meine aufgrund von David Lorreys vorherigem Film Ain't Them Body Saints, meine Erwartungen sogar übertroffen wurden. Ich hatte sehr viel Sorge, dass dieser Film eben in das klassische Action-Mittelalter-Märchen-Schema gepresst wird und David Lorreys hat das wirklich nicht gemacht. Ich sehe das auch als eine sehr symbolistische Reise mit vielen psychologischen Subtexten. Es geht um die Frage zum Beispiel, wer bestimmt unser Schicksal? Haben wir selber unser Schicksal in der Hand oder ist das vorbestimmt durch irgendeine Form von animistischer oder natürlicher oder anderweitiger Gewalt oder aber auch zum Beispiel Strukturen und Hierarchien? Sind wir nur Spielball anderer Menschen, unserer Vorgesetzten in dem Fall oder vielleicht eines Königs oder auch Verwandten unserer Familie, die uns zum Werkzeug ihrer Pläne und Wünsche machen oder können wir das selber steuern? Ganz viele solche Fragen auch von Wiedergeburt, Neuerschaffung, Verfall oder Tod, Tod auch auf symbolischer Ebene spielen in diese Geschichte mit rein. Und das sind alles sehr abstrakte Dinge, die dann durch bildgewaltige Szenen veranschaulicht werden, aber sich nicht im Sinne von Action äußern. Du sprichst das gut an. Ich finde, dass der Film unglaublich vielschichtig ist in seiner Interpretationsfähigkeit. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich meine Gedanken immer um das Thema falscher Ruhm und wie es dann so ist, wenn du praktisch Ruhm erreichst, aber du dir eigentlich selbst vorstellst, du hättest ihn gar nicht verdient. Er ist vielschichtig, er ist symbolistisch, er ist durch die Bilder auch sehr, sehr gewaltig. Jetzt würde ich da tatsächlich auch ein bisschen auf den technischen Aspekt zu sprechen kommen. Du hast es schon angesprochen, dass David Laurier vorher, was war, A Ghost Story, dann Elliot der Drache und dieser dritte Film mit Robert Redford. Der dritte mit Robert Redford, das weiß ich jetzt nicht. Ich hatte noch diesen, ja, Love on the Run Gangsterfilm auf dem Plan, Ain't Them Body Saints. Aber er ist jetzt kein Genre-Regisseur. Es sind, glaube ich, vier komplett verschiedene Gebiete, in denen er sich irgendwie austobt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für die kommende Awards-Saison habe ich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass da die Kamera belohnt wird. Ich weiß nicht, was war jetzt für dich der herausragende Aspekt? Für mich auch Kamera, definitiv die Ausstattung, aber auch das Drehbuch hat mir einfach hervorragend gefallen. Wie diese ganze Story sehr vorsichtig und hintersinnig strukturiert war. Das Tempo war gut getroffen, man hatte nie das Gefühl, dass es schleppend wird. Und auch vor allem, dass der Film sich wirklich traut, von vorgegebenen Mustern abzuweichen und das Publikum, ich will nicht sagen, vor den Kopf zu stoßen, aber doch etwas anderes zu liefern, als sich leicht verdauen lässt. Ich wünsche dem Film viel Erfolg, habe aber persönlich so meine Zweifel, ob das das ist, was ein Mainstream-Publikum wirklich ins Kino locken wird. Aber es ist definitiv sehr eindrucksvoll. Auch Schauspieler und Kostüme sind hervorragend. Ich hoffe ein bisschen, dass es so einen kleinen, ja, Babadook oder Midsommereffekt irgendwie gibt, dass man sagen kann, dass diese Form von Film, die, also sagen wir mal jetzt keine leichte Kost erzählt, aber halt einfach brillant umgesetzt ist, dass das endlich mal wieder ein bisschen mehr Zuspruch bekommt und dann auch gewürdigt wird. Ich finde, es ist auch ein Film, den man eigentlich im Kino sehen sollte oder muss, um ihn zu spüren. Ich fand ihn sehr haptisch, muss ich sagen. Ich habe von einigen Kollegen aus der Pressevorführung mitgehört, die haben sich ein bisschen über diesen animierten Fuchs, der da mitspielt, aufgeregt, weil der ihnen nicht so sehr reinpasst. Der hat mich jetzt weniger gestört. Der sprechende Fuchs, das ist halt bei vielen Filmkritikern, Filmkritikerinnen das Antichrist-Trauma. Seitdem sind sprechende Füchse für uns einfach sehr schwer zu verdauen, aber den habe ich toleriert, weil der Film mir ansonsten so gut gefiel. Aber ich mag Füchse sehr gern von dem her. Der hätte am Ende nicht sprechen müssen. Egal, ist wahrscheinlich auch schwer, einen Fuchs irgendwie zu dressieren und dann mitspielen zu lassen, wie er es machen soll. Gut, dann weiß ich jetzt nicht, was ich da großartig noch hinzufügen sollte. Hast du von deiner Seite noch Dinge, die du loswerden willst? Nicht unbedingt. Ich könnte vielleicht noch hinzufügen, dass der Film uns sehr schön zeigt, was für großartige, altertümliche Stoffe es gibt, die endlich mal entdeckt werden und auf die Leinwand gebracht werden könnten, anstatt dass wir immer das Gleiche, was wir schon ganz oft gesehen haben, wiederholen. Also eben gerade, dass hier nicht nochmal die altbekannte Geschichte von King Arthus und seinen Tafelrittern erzählt wird, sondern eine Nebenhandlung dieses großen Mythenkosmos ausgewählt wird, die bisher, soweit ich weiß, noch gar nicht in entsprechender Form opulent verfilmt wurde. Also da hoffe ich dann, weil du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Expertise da drin hast, wenn da mal irgendwie was ins Kino kommen sollte, was irgendwie in diese Richtung geht, dann musst du mir Bescheid geben, weil das ist jetzt ein Feld, in dem ich mich ein bisschen mehr reinlesen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es spannend. Und wenn der Rest auch so vielschichtig ist, sehr schön. Kommen wir zur Bewertung? Ja. Ich weiß nicht, was ich geben soll, außer einfach Äxten, weil die Axt hier mitspielt. Und dann würde ich sagen, geben wir doch von 0 bis 5 Äxten mal unsere Wertung ab. Möchtest du beginnen? Ja, von mir kriegt der Film absolut 5 scharfgeschliffene Äxte. Der hat mir ausgezeichnet gefallen und war sicherlich eines der Highlights dieses nicht besonders kineastischen, eingeschränkten Jahres. Gut. Diese 5 Äxte mache ich dann auch mit. Machen wir 10 von 10 voll. Ich war total geflasht. Ich bin danach rausgegangen aus dem Kino und habe gesagt, dieser Film hat mich überrollt. Ich werde mich wahrscheinlich noch zweimal überrollen lassen, weil ich will da sicherlich noch ein paar Schichten noch von der anderen Seite erkennen und werde dann auch gerne dem Kino meines Vertrauens ein paar Euro dalassen. Aber, ja, wie gesagt, ist jetzt wahrscheinlich schon ein sicherer Kandidat am Ende für meine Top-10-Liste. Gut, Lida. Dann haben wir das jetzt hier erledigt, sind nach Norden geritten und haben den Leuten frohe Kunde von The Green Knight verkündet. Deswegen, ich hoffe, dass viele sich anschließen und dem Film auch gebührend Aufmerksamkeit zukommen lassen. Von dem her, ich verabschiede mich, macht es gut und du hast das letzte Wort. Ja, gehabt euch wohl und auf ins Kino, Mägde und Knappen. Wir hören uns dann wieder beim Tele-Stammtisch. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.